3, 2, 1 Ja, hallo, wir sind hier in Bamberg, heute mit Grandios bei Bernd Keller zu Besuch. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier im Atelier sein dürfen. Bernd Keller, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Grandios-Leser und Zuschauer. Das Thema ist Talent. Ich bin Modedesigner, bin Familienvater und Christ. Ist? c